Schlafen, die Dimension deines Lebens. Ich behaupte hier geradezu, unser regelmäßiges Schlafen, das wir dringend benötigen, aus sehr unterschiedlichen Gründen, ist eine Dimension unseres Lebens. Und sie ist, um das gleiche am Anfang zu sagen, eine verborgene Dimension unseres Lebens. Also etwas, das wir nicht vollkommen durchschauen, das wir zwar in gewissen Maßen tatsächlich messen können und darstellen können, aber deren wirkliche Inhalte, deren Erkenntnisinhalte, deren unbewusste Inhalte uns verborgen bleiben, zum großen Teil eben verborgen bleiben. Und es scheint, wie gesagt, gleich am Anfang der Sinn des Schlafes zu sein, als Dimension des Dunklen, des buchstäblich in der Nacht stattfindenden, regenerativen, aber auch nicht nur regenerativen und damit erholsamen, sondern wahrscheinlich vielfältige psychische Prozesse, körperliche Prozesse, ja, also körperliche Prozesse, die stattfinden. Zum Beispiel hat man festgestellt, auch in der Hirnphysiologie, dass gewisse Flüssigkeiten im Augenblick des Einschlafens das Gehirn geradezu fluten und dass dadurch eben sowas wie Schlafphänomene entstehen. Aber das eben nur als, by the way, Fakt, den man tatsächlich nachweisen kann oder der eben nachmessbar ist. Die dunkle Dimension unseres Lebens, weil wir eben bei dem Schlafen nur eine bedingte Kontrolle haben und unsere Selbstkontrolle ist für uns wesentlich, zu sagen, ich bin einigermaßen reguliert, ich kann meine Affekte regulieren, die positiven genauso wie die negativen, ich kann Verhalten steuern, ich kann natürlich Verhalten konditionieren, ich kann es erlernen, ich kann es umlernen, ich kann es verlernen, ich kann also mit den Bedingungen des Lebens in meinem Wachsein-Bewusstseinszustand klarkommen und es auch überschauen oder mir ein Bild davon machen und wissen, um was es geht oder einigermaßen wissen, um was es geht, was ich eben beim Schlaf nicht kann. Das heißt also, dieses circa Drittel, das wir ja in unserem Leben erfahren zu schlafen, wobei es im Alter dann seltener wird zu schlafen, aber ungefähr kann man sagen, ist das ein Drittel unseres menschlichen Daseins, das wir mit Schlafen verbringen, ist etwas Ungewöhnliches. Ungewöhnliches und natürlich etwas Gewohntes für uns als Menschen und auch etwas, was uns geradezu befreit von den alltäglichen Gedanken und Verpflichtungen und Verhaltensweisen, aber auch von den täglichen Anschauungen und den Möglichkeiten, die wir in einem reellen Wachheitsleben haben. Das Schlafen, das süße Schlafen oder weniger süße Schlafen. Es gibt Menschen, die enorme Probleme mit dem Schlafen haben und sich schwer tun und da wirklich auch sehr viele Probleme entstehen können. Aber der Regel ist das Schlafen etwas, was selbstverständlich ist und was wir alle brauchen. Kinder brauchen mehr Schlaf, Säuglinge brauchen viel, viel Schlaf. Erwachsene, wenn sie älter werden, brauchen weniger Schlaf. Aber was passiert in den Dimensionen des Schlafes? Es passiert etwas, was wir, wie gesagt, vom Bewusstseinszustand nicht kontrollieren können oder nur sehr bedingt kontrollieren können. Also etwas läuft von selbst. Wir geben uns in den Schlaf hinein. Menschen, die Schlafprobleme haben, haben eben tatsächlich oft das Problem, dass sie sich einfach anvertrauen können, dass sie sich dem Schlaf anvertrauen und eben loslassen können, dass sie tatsächlich in dieser Abhängigkeit von etwas drin sind und es auch geschehen lassen im Sinne der Hingabe, des Geschehenlassens und dem einfach vertrauen, diesen Prozess. Das ist ja das Natürliche. Also die Fähigkeit tatsächlich, eine gewisse Kontrolle und damit auch Gedankenkontrolle oder rationale oder Logikkontrolle aufzugeben und das dann in seiner Möglichkeit geschehen zu lassen, was im Schlaf und in den Träumen und in den unterbewussten Aktionen dann passieren will, bis hin zu detaillierten physiologischen Phänomenen, die in allen möglichen Organen und Organsystemen stattfinden. Also ganz bewusst, wenn ich das so formuliere, die dunkle Seite oder die Schattenseite jetzt im positiven Sinne unseres Lebens. Also etwas, das einerseits lebt und wach ist, aber das Wachsein und das alltägliche Leben und die Lebensgestaltung nicht das Nonplusultra sind, sondern das Nächtliche, eine Regulation oder ein Ausgleich stattfindet, ähnlich wie wir das in einem System haben wie Yin und Yang, also wie das, was voll ist oder was bedingt ist durch das sichtbare Universum, meinetwegen, wenn wir es noch weiter ausweiten und sagen, das sind die Dinge, die wir sehen können, die circa 5 Prozent des Universums, also allen Seins in der Art und dann ist der Rest irgendwo sehr dunkel, also eine dunkle Materie, also helle Materie wäre das, dann gibt es eine dunkle Materie und dann eben eine dunkle Energie, die den größten Teil des Universums ausmacht und damit eben auch unsere Dimensionen als Wesen, als Menschen, die eben noch eine ganz andere Seite haben und die eigentlich durch diese andere Seiten in ihrer Existenz gar nicht vorstellbar wären. Wir wären nicht vorstellbar ohne Schlaf. Der Schlaf formt uns, der Schlaf gleicht uns aus, der Schlaf führt zu anderen Dimensionen geradezu. Es gibt sogenannte Schlafkulturen, wenn wir jetzt in indigene Völker hineingucken, zum Beispiel fallen mir ein, die Aborigines in Australien, da kommen ja die Traumfänger her, diese esoterischen Kommerzobjekte, die wir kaufen können, aber kaum jemand weiß, was ein Traumfänger eigentlich ist. Das war also in der Aborigines oder in Teilen der Aborigines-Kultur sehr verbreitet, mit Träumen umzugehen, auf die Träume zu achten, die Träume zu erinnern und die kann man relativ einfach erinnern, wenn man sich einmal auf Träume einstellt und einlässt und dann gibt es sehr viel Material, das man eben auch dann im Bewusstseinsakt der Wachheit bearbeiten kann und sich damit beschäftigen kann. Das ist eine Kultur, die bei uns überhaupt nicht verbreitet ist oder nicht mehr verbreitet ist oder vielleicht auch im Westen niemals verbreitet war oder nur eben die Einseitigkeiten hatten, die da sind. Das ist jetzt nicht ein Plädoyer, werde Aborigine und finde wieder diese Traumkultur, das wäre ja sehr naivistisch und naiv, so etwas zu glauben. Aber es ist immerhin etwas, von dem wir bewusst werden können und damit akzeptieren können, dass es stattfindet. Und das ist so etwas wie ein Phänomen jetzt, wenn wir sagen, da gibt es eine Lehre, also wir sehen meinetwegen in der Quantenphysik, die Dimension des Atomaren und Subatomaren endet irgendwann mal und dann gibt es so etwas wie eine Lehre, also Leersein, Leersein von den typischen materiellen Dingen, die wir gewohnt sind zu sehen, zu betrachten und eben auch zu messen. Und hier findet etwas ganz Eigenständiges, geradezu Dimensionales statt, dass wir eben nicht oder nur zu einem Teil bewusst durchdringen können oder bewusst werden können. Das ist das Interessante. Das heißt, dieses Potenzial, ich nenne es tatsächlich Potenzial, das wir als Menschen haben, das so etwas wie ein Hingabepotenzial ist, das uns überhaupt nur existieren lässt, weil diese Hingabe möglich ist, weil sie automatisch stattfindet, weil wenn du müde und hundemüde und nochmal hundemüder bist, fällst du einfach um und schläfst, deine Zeit, bis du wieder regeneriert wirst und eben dann automatisch aufwachst. Dieser Hinweis, den finde ich ganz bedeutsam. Und das ist vielen Menschen nicht klar. Die meisten Menschen klammern das aus und haben ihre Schlafprobleme und nehmen Schlafmittel und haben Verhaltensweisen, um sich den Schlaf anzutrainieren, all diese Geschichten. Aber was wirklich in dem Schlaf steckt, an Potenzial, an Dimensionen, ist den meisten Menschen nicht klar. Ich will hier dieses Audio eigentlich nur zum Anlass nehmen, darauf hinzuweisen, wie wichtig das ist und wie wesentlich diese Unterwelt, dieses Unterbewusste, diese Dinge sind, die da geschehen, bis hin zur, was weiß ich, zur Zellgeneration oder zum Stoffwechsel, der Bauchspeicheldrüse oder Gott weiß, was wir dann medizinisch andenken können und auch erforschen können, wenn wir das wollten. Und insofern steht uns als Menschen unser Schlaf immer wieder zur Verfügung und es geht darum, das dann zu achten und auch zu mögen und sich darauf zu freuen, damit umzugehen, anzugehen, wissentlich, dass wir es nicht durchschauen können und dass wir nicht kontrollieren, absolut kontrollieren können, was dann da passiert. Und ich finde es immer wieder interessant, dass Menschen, wenn es um das Unterbewusste geht, gerne, also zum Beispiel, was Träume anbelangt, Träume durchschauen wollen und auch mit Träumen kontrollierend umgehen wollen, also Stichwort luzides Träumen. Und es gibt eine Reihe von Menschen, zu denen ich auch gehöre, die durchaus, wenn sie sich auf etwas einstellen, vor allem auf Menschen einstellen, also emotional besetzte Wesen einstellen, dann auch von denen träumen können. Das ist durchaus möglich. Aber ich würde das nicht luzides Träumen nennen, sondern einfach nur einen Fokus der Aufmerksamkeit, der Konzentration, um mit Traumwelten auch so ein Stückchen umgehen zu lernen oder umgehen zu können. Und das ist interessant. Aber wenn du deinen Schlaf, den Schlaf als eine Dimension deines Lebens begreifst, die dir zur Verfügung steht für dein Wachleben, also dein bewusstes Wachleben oder das rationalere Leben, dann weißt du irgendwo, du kannst Dingen vertrauen, es geht ja hier um Vertrauen, die du nicht durchschauen kannst. Und das Vertrauen ist für uns Menschen etwas sehr Grundsätzliches. Ein Mensch, der nicht mehr vertrauen kann, der sich nicht hineinfallen lassen kann, der sich nicht hingeben kann, hat immer wieder ganz kardinale Probleme in seinem Leben. Der wird dann argwöhnisch bis hin zur Paranoia und allen sonstigen Dimensionen, die daraus noch entstehen, Phänomenen, die daraus entstehen können, weil er dieses Vertrauen nicht hat oder letztendlich ein Gottvertrauen nicht hat. oder das Vertrauen in den Schlaf, der ihn übermannt, überfraut und einfach so geschieht, automatisch geschieht. Und da waren wir gerade noch wach und haben uns engagiert unterhalten und haben dies und jenes getan und das aufgebaut und zack fallen wir in einen Schlaf einer bestimmten Zeitdauer, also kürzer oder länger, und in diesem Schlaf geschieht etwas. Es ist ja nicht nur eine Erholung, die passiert, sondern es ist eine Neuformation, es ist eine Umformation, die stattfindet. Also etwas, was vollkommen verbunden ist mit dem, was wir gewohnt sind, in unserem Wachzustand im Leben zu tun und zu erfüllen. Das ist das Entscheidende. Also etwas, was wirklich dazugehört und nicht wegdenkbar ist. Und oft hat man den Eindruck, heutzutage alles im Sinne eines wachen Bewusstseins ist machbar und kreierbar. Und das ist natürlich nicht der Fall. Wenn wir nicht in der Lage sind, zu schlafen oder einen erholsamen Schlaf zu haben, in unterschiedlichen Formationen des Schlafes, wie ich schon sagte, also den Träumen, die dann stattfinden und anderen Stoffwechselvorgängen, egal was wir betrachten, bis hin zur absoluten Leere, die dann passiert, dann haben wir ein Problem einfach auch. Dann ist das auch eine Grenzhaftigkeit unseres Lebens immer wieder. Mir fällt jetzt gerade ein, es gibt sehr schöne Forschungen über Vollnarkose, was passiert in der Vollnarkose. Das ist ja jenseits eines Tiefschlafes oft oder es simuliert den Tiefschlaf sehr gut. Und von dem Tiefschlaf wissen wir ja, dass er eine sehr förderliche Wirkung auf unser Leben hat. Jeder Tracker, halbwegs gute Tracker, den du am Armband hast, der zeigt dir an, was ungefähr, was du für Tiefschlafphasen hattest, also wo du dich nicht gemuckst hast, wo du dich nicht gerührt hast und dadurch nochmal etwas ganz anderes stattgefunden hat, als in der REM-Phase eines eher oberflächlichen Schlafes, den wir natürlich auch haben und von dem wir wissen, dass hier teilweise Träume stattfinden. Das ist ja etwas, was in die Dimension des, sagen wir es mal so direkt raus, also ohne da Angst zu machen, Todesähnliches ist. Also ein vollkommenes Gleiten, natürlich Leben und schon lange überleben, das auf jeden Fall, und wie gesagt, regenerieren oder an etwas angeschlossen sein, was wir absolut nicht wissen. Und da ist durchaus, wenn wir das jetzt hier so kurz spekulativ anphilosophieren, es hat durchaus etwas mit todesähnlichen Dingen zu tun. Und der Tod gehört zum Leben, so wie das Leben zum Tod gehört. und der Schlaf ist eben auch da etwas in diese Richtung gehendes, nicht todesähnlich, ganz sicherlich nicht, aber es nähert sich doch diesen Dimensionen an. Und das ist interessant. Und sich dessen bewusst zu werden, ist wirklich interessant, weil wir sind ja nicht nur das, was wir gewohnt sind zu denken oder was wir gewohnt sind, an Logik zu verfolgen oder eben durchzuführen, sondern hier ist ja etwas ganz anderes, das tatsächlich mit einem Hingabepotenzial, mit einem Potenzial zu tun hat, das wir einfach nicht kennen und das wir auch nicht erkennen können oder nicht vollkommen erkennen können. Wir können natürlich viele Dinge nicht vollkommen erkennen, aber sich dessen auch bewusst zu sein, ist immer wieder wichtig. Da steht dir etwas zur Verfügung, was dich macht, letztendlich auch als Persönlichkeit, als Identität, die du bist, in deinem Ich-Dasein, was wesentlich ist. Und insofern ist der Schlaf tatsächlich eine Dimension oder mehrere Dimensionen deines Lebens. Und insofern ist der Schlaf